Wie viel hast du vom Horrorcamp mitbekommen? Nur am ersten Tag, so bis ich eingepennt bin. Schönes Video. Ein schönes Video, wirklich grandios. Ich raffe das Kruzifix eh nicht. Ja, ich auch nicht. Aber hier sind starke Taschenlampen. Unten sind die starken Taschenlampen. Unten im Regal. Oh, das ist das eingelegte Zeug. Was ist, wann tut man denn Kartoffeln einlegen? Hä, Kartoffeln? Digga, die schaffst du nicht auf den Schiffen. Ah, okay, falsche Richtung. Ah, das ist Keller. Keiner brauchen wir nicht. Äh, äh, so. Noch nie. Erstmal an den Garage. Bleib' es kalt im FG R5 und nicht verrecke. Du bist übelster Schüsser, weißt du das eigentlich? Ne, das ist so. Ne, es ist nicht. Ich hab' dir so mehrere Runden schon alleine gezockt. Und zwar gar nicht so schlimm. Äh, jetzt wird's weht. Ja, eben. Ne, ich hab' keinen Schiss. Ich rach's nur wieder aus, wenn das Vieh mich zuerst löst. Du bist schon, oder? Genau. Ich geh' mal hier hinten lang. Aber du folgst mir ja sowieso. Oh, ich bin mir ziemlich sicher, dass es viel oben ist. Ich bin wieder irgendwo an den Lichtern herumspüren. Also EMF schlägt auch noch nicht aus. Am ehesten erkennt man's sowieso an der Temperatur. Digga, was bist du in Vanessland? Da hast du die Tür gehört? Ja, über uns. Ja. Okay. Guck, guck du kleine Schlampe. Oh, hier ist, hier ist Minus. Hier sind Gefriertemperaturen im Gang. Ich hab' keine Gespensterbox mit. Oh, hey, Junge. Ich hab' hier oben noch gar kein Licht angemacht. Ich hab' keine Gespensterbox mit. Und irgendwas hat... Hier auf der Treppe. Hier auf der Treppe sind Minus-Temperaturen. Hier oben nicht mehr. Hier unten auch nicht mehr. Das ist einfach echt nur die mittlere Treppe. Ich sprung' unter der Treppe irgendwas? Ne. Ja, jetzt ist... Hä? Hä? Jetzt sind auch keine Gefriertemperaturen mehr auf der Treppe. Null. Ich hab' das grad' nicht. Johnny. Ah, warte, hier sind wieder... Hier im Flur? Ist der hier im Flur? Warte mal, jetzt war grad... Ich so, hä? Da unten was? Ne. Ne. Aber mein EMF schlägt auch nicht aus. Jetzt ist er hier im Flur. Der muss ja auch nicht. Also der... Hier ist auch gerade... Hier ist auch wieder... Ne, da ist das Derm kalte Atem. Hier ist auch wieder Plus. Jetzt war wieder kurz Minus. Hier ist Minus. Hier ist Plus. Hier ist... Hier ist Minus drin. Hier ist Minus. Wo bist denn du rein? Na, hier in dem Zoo. Ah. Jetzt ist wieder Plus hier drin. Hä? Ich so... Hier ist noch eine Tür, ne? Ah, ne, das ist noch Frank. Uff. Bin dumm. Äh. Heißt das jetzt... Muss ja aber jetzt hier irgendwo im Flur sein. Heißt das jetzt auch hier im Flur? Ja, aber... Ja. Irgendeine Tür? Ja, aber nur hier in dem... Nur in dem Flur habe ich jetzt da hier kalten Atem. Das ist der... Hier im Flur. Dann geht es halt auch noch lang, ne? Ja. Wann ich glaube, da ist da die Tür geklappert. Ich hole mal die Geisterbox hier. Vielleicht noch das Geisterbuch oder so. Waa... Nee! Ich laufe gerade die ganze Zeit gegen die Wand. Irgendwie hat sich was geöffnet. Ah, jetzt doch. So auf wird mir die Steam-Bibliothek angezeigt. Das ist doch nicht. Wissen du, okay? Das warst du. Ich bin hier hinter zum Bad. Ich höre hier... Die hat nämlich Wasser eingelassen. Ja, die das. Erhaft mich nie, Geist. Ich höre, wie du dann aufmachst. Aber ich weiß immer noch nicht, welche Tür. Oh, fünf. Fünf. Warte, nochmal. Es ist hier in der Ecke. Bist du hier? Soll ich runtergehen? Ja, wäre nicht schlecht. Da ist immer eine Kamera hier im Gang. Oder... Ja, mach das. Bist du erwachsen? Bist du hier? Bist du erwachsen? Bleib mal an der Treppe, damit ich direkt hochkann, falls was ist. Bist du erwachsen? Warte, warte. Was bist du? Bist du? Bist du? Ja, Geisterbox ist nie. Ja, der Wasserhahn läuft immer noch. Ich hab nie ausgemacht. Aber dann... Sag ich noch mal, doch, deswegen geh mit EMF. Ich dachte, das war schon noch fünf. Ja, war es auch. Ja, dann kannst du auch EMF Ebene 5 reinmachen. Warte mal, ich geh mal kurz kucken. Es kann auch sein, es ist einfach nur ganz kurz aggressiver. Hä? Trotzdem ist es EMF Level für Ebene 5. Ja, der ist dort irgendwo in der Ecke. Das auf jeden Fall. Oh, guck du Schlampe. Ja, der hat mich, der hat mich. Oh, guck du Schlampe. Ja, toll, danke schön. Da ist er, da ist er, da ist er. Oh, shit. Oh, fuck. Ich hab keine Kamera mehr. Der hat die Tür zu, der hat die Tür zu gemacht. Ja, ich weiß. Das hier, oh mein. Verpiss dich. Verpiss dich. Ah, sie hat mich, sie hat mich. Du musstest ja auch Fotze nennen, alter. Hab ich mir nicht gesagt, das scheiß Bild von der Fotze geschafft? Will ich nicht, ich hol deine Sachen klein. Du hast ne Hure. Genau in dem Moment, dass ich gesagt hab, du Fotze. Das ist ja aggressiv geworden. Wenn du den Geist beleidigst, wird er auch aggressiv. Nein, das war halt mal ne Fatze. Ja, hab ich. Hab ich. Oh, hier ist ein Ball? Oh, hier moin. Einfach ein Ball in dem Schrank. Okay. Hübsches Bild. Dieser kleine Stein, der trickert mich. We talk. So, übrigens da ist an den Strand und dann guckt er so ein winziger kleiner Stein aus. Weißt du, was mich gerade die ganze Zeit nervt? Ich kann mich nicht konzentrieren. Siehst du die Schränke da oben? Guck mal. Der erste Schrank mit dem oberen, unteren, passt genau. Oder nicht? Der erste obere mit dem unteren, passt genau. Der zweite nicht, obwohl es sieht gleich groß aus. Es stresst mich gerade richtig. Verstehst du, was ich meine? Es müsste ein Benji sein. Woher weißt du das? Na, ich hab die... Deine Lampe hat perfekt auf Fingernabdrücke gezeigt. Als du verreckt bist. Ach so, du hast welche gefunden. Ja. Also dein, du bist verreckt. Die Lampe lag dann auf dem Boden und hat perfekt auf eine Hand geleuchtet. Dann muss es ein Benji sein. Ah, ich siehe. Wenn es kein Benji ist, dann... Verzweifelig. Also, ich hab unsere Sachen, dann... Türe zu, lass es gehen. Ah, ich siehe. Passend. Ja, die ist gerade auf 9. Ja, juckt mich doch nicht, ich bin tot. Welcome back. There's some jobs ready for you. Versicherung 67. Der Geist war in Benji. Nice. Gesamt plus Schwierigkeitslevel 50. Boah, warte mal. Du hast Versicherung bekommen, aber wir haben die Sachen mitgenommen. Ne, ich bin gestorben. Ach so. Wenn der Lobbyinhaber stirbt, verlierst du alles. Alles! Oder, ne, räucherstäbchen und ein Feuerzeug, hast du ja, Feuerzeug haben wir ja schon, Räucherstäbchen. Ja, Räucherstäbchen hab ich gekauft. Türchen zufügen. Soll ich den nächsten Geist auch mal so beleidigen? Hm. Wenn du alleine, wenn du alleine in dem Raum, in dem Haus bist. Ah, dann ungern. Weiß, der EMF-Reader ist jetzt auch weg. Hey, nein. Doch? Nein, der ist Standard. Oh. Wo ist dich natürlich? Du bist schon da? Genau.